mein Name ist Daniel Rippe und mein Metal Mario Master und wir grüßen euch zurück zuletzt bei Hiroshis Kraft der U-Hu-Upsa. Schluck auf. Aufgeschlossen. Ja wir sind immer noch auf der Jagd nach Kunstwerken. Und jetzt müssen wir einen Kürbis finden auf der Rookseite. Rookseite. Genau. Das heißt Rookseite. Rockseite. Rockzipfel. Ja. Ja. Ob ich nicht mit so viel Delay. Wir waren letztens. Kürbis. 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 Wie riecht denn Kürbis? Ei, wie riecht denn Ei? Na. Werfen bedichtet? Gestaltdessen, soll ich O-Blips werfen dran doch viel besser. Webseite. Legit mir alles Kürbis machen. betroffen wir haben sogar noch nicht hingefahren muss gezeichnet zwei minuten zwei minuten an der hand anhand das nur wegen bezahlung der rückseite für die ganzen kunstwerke sind in diesem level hier sind irgendwie alle gleich aus ja hinter uns hat er schon solche dinge die nummer auf so alles war mit dem lächeln auch mit ein lächeln das muss man nicht ich müsste mich nur umgucken und wollte gucken dahin sammeln zu werfen oder wir haben sie schon verpasst ist glaube ich nicht das ist nicht in ruhe zu werden ich habe es nicht aufgenommen. Das stimmt nicht. So, kürz. Aber so ist ein Lächeln. ist mir wenn ich ein eiler gegen das lachen vergeht könnten dann trinken wir mal lieber nachher für mich hat also irgendwie dahinter versteckt aber das ist aber nicht auf papa das ist ja auch gar nicht ein und der blinker ist auch schon seit drei kurzen wenn man eine liste von dem top kaptur kartons irgendwie gemacht hier was von ich habe mich dabei wenn ich verstehe die meisten tipps serialer zeit da ist die da ist ja genau da ist sie sie da steckt sich in anderen blumen versteckt wie kann das machen die macht mich krank die lange hat das gebraucht sechs minuten wir sind die gefühlt werden die ich euch bitten könnte ich bin es mal sehr gespannt wie wir das machen sollen loslos joshi match das ist es ist über eine referenz wenn wir jetzt wieder anfangen mit dem bauwitz waren der wahl war ja auch tatsächlich wie soll man gefunden geschenken danach und hier haben wir eine box jetzt reitet er darauf dieser mutter ist tatsächlich eine tüte das heißt jojo offiziell ein jojo meme oder so der mann jojo ich habe doch gesagt wenn wir da einen sind ein tor wobei mag die tüten nicht ende kriegen das war ja wie soll man hat die menschen zeit schafft zeigen nicht schaffen drei minuten das ist eine gute frage wenn man die ganze zeit wahrscheinlich alles wert ist dann erst absichtlich ein bisschen abwechseln damit waren wir bei den rosen ja das war cool und einfach ja die blume ich kann nicht sehen sind zähne in mein blumen ich mag nur alle grinsen bloß gefunden wir sollten weitergehen also hier fehlt uns noch die rückseite ich will es noch eine blume und zwei münzen und das kunstwerk noch die letzte blume und die zwei münzen ja genau wer wird das schaffen dann kann man vielleicht sagen dafür verdammt gut sind irgendwie nicht wir haben ja erst mal verpasst also das erste mal war für mich bleibt also ich glaube ich glaube ich weiß ich glaube sogar wir wollen ja keine passagiere sie sind verboten ja das ist was wollen wir hier nicht glaube der kommt jetzt gleich da ist er ja gut wir sitzen fort und die zwei münzen wir haben jetzt die erste für den wege schon mit einer abgehen und wird dem wege schon mit einer abgeben und der klammer war die soll die da ich noch nie ließen aber ich müssen wir die brücke nicht das fliegt nach arbeit weiter sagen wie was kohle aus das gar nichts macht also wichtig auch das war noch nur kaktusse kaktusse das heißt was du getroffen hast also aus dem ding wenn er so ein super stempel also wie die aussehen sieht aus wie dieser schokorie da gibt es auch irgendwie so smarts drauf und so ja genau so aus wenn wir jetzt das essen denken mir denke ich auch hier lassen sein zwei münzen eine blume ja das wird schon ich glaube hier sollten wir lieber noch steigen ja 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 Was ist bei dir? Nein. Da waren die letzten zwei. Was ist die vierte? Wo sind die dritte? Da muss ich zu Hause nochmal nachgucken. Ja. Das geht doch so nicht. Haben wir überhaupt an der Herzen. Oh mein Gott. Da kommt jetzt das Level einfach noch. Ah, da haben die zwei Münzen. Ja, also kann auch gar nichts passieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn die dritte Blume? Ja, klar. Da muss man vom Zug gewesen sein, glaube ich nicht. Geschenkt? Wegen der Münzen. So. War es alles? Na ja. Ich kann es da aussuchen. Wir sind ja erstmal wegen der Kunstwerke. Da bekommen wir auch schon Blumen. Ja. Blumen. So schön. Ja, ja. Was will ich bitte? Eine Minenwagenflagge. Was auch von mir? Oder weiter. Vor der Seite. Wir haben das. Kann ich das mit einem anderen? Und sagen wir mal wieder eine Chance bekommen? Ne. 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 Taurig. Das traurig. Una. GIRLMIE Ne. Nie. Ä. Ne. 새ß. товks 好. mein gott ich muss nicht sagen und dann schieben der minzen doch ja du musst ja mich tragen ja 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 der wagen wir hatten ja alles schon warte mal mit einer flange genau ich weiß wo er ist ja 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 wir sammeln hier überall kunstwerke ja und das seht ihr sogar alles hier auf video bei unseren videos nachgucken wo man 100% guckt wo man die kriegt natürlich nicht wieso hieß ich dann das Packetzeug aus eine Axt das war bei der Berghütte aber von der Rückseite sieht man sie besser einfach mit einem einwerfen der Berghütte was für ein Level eigentlich da oben ja aber tatsächlich da oben hm machen wir es mal so wieviel Minuten haben wir? wir haben 20 na gut machen wir das noch machen wir das als letztes Level da können wir nämlich auch gleichzeitig direkt die Hunde mit einsammeln genau gemauserte Magneten sind gemausert und es sind Magneten da sind sie das geht jetzt muss die Hunde nach der den dem die der der da oben wochen hier hunde ja der war gut sein schild kann ich habe gedacht campingplatz vielleicht ist das ist das ist der unter dem spiel vorsitzende einer minuten so da ist machen wir noch ein kunstwerk und wir haben sogar eine runde gefunden und rechtzeitig zum papi zurückgebracht den wir haben ja wir lieben seine kinder weil wir können sie werfen deswegen hast du meine bitte fünf büffel auf der rückseite auszusehen geld ausgeben ausgeben eine silberne schubkarre bonbonschachtel und ein lila glitzer genau wie eine echte schatzkiste ok hoffentlich schaffen wir das weil ich weiß gar nicht wie viele minuten haben haben wir dafür zeit ich hatte da nie drauf verdammt ich sollte darauf achten viereinhalb minuten steige auf die meinte morfen joshirangers unterwegs um die welt zu retten jubeln das war ich die serie die gibt es wirklich kann mein es hat jedoch nicht mit jeder gesagt genau die serie gibt es wirklich das ist ein punkt gefunden da geht er da geht er da geht er ja, 5 Büffel ja, 5 Büffel das war keine Idee nicht, dass die mir sind auch pass auf geschoss einsetzen aber wir sind ja auf der rückseite dann warum sieht man muss ja einfach in der anfang eigentlich wir machen aber kein sinn da ist noch einer 4,5 minuten haben die zeit sind wir auf der rückseite gibt es ja keine blumen ich liebe es hier ohne zu werfen ja da da muss man da oben müssen wir doch da kann man doch das mittel war noch die zwei züge da ist noch ein bisschen hier ja genau hier das ist der letzte büffel ich glaube wir sind am anfang ja z i e l ziel aber ist das nicht unbedingt ja ja na gut ich muss sagen dass wir echt gut vorankommen ja wenn auch die eine blume die uns jetzt noch fehlt ja ey ich guck zu hause nah na vielleicht bin ich die ja ja gut ich habe noch eine bitte ja ich benötige ein freundes erzählt dann haben wir doch sicher gesehen dann haben wir doch freunden gesehen ja gut ok dann machen wir beim nächsten mal weiter wenn es wieder heißt crafted world vis-a-vis-a-vian kunstwerke und hunde ja bis dann und ciao bye 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 und 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 und